Musik Herzlich willkommen in der Sankt-Marien-Kirche in Beisenfelds. Mein Name ist Thomas Pjöntek, ich bin hier der Kantor, das ist der, der die Musik macht. Und hinter mir sehen Sie die Orgel von Friedrich Ladegast aus dem Jahre 1864. Sie ist gerade erneuert worden und klingt jetzt genauso wie damals. Seine größere Orgel ist zum Beispiel im Merseburger Dom, aber das ist sein Referenzinstrument. Wenn Sie wissen wollen, wie sie klingt, jeden Dienstag ist kostenfrei 12 Uhr zur Marktzeit Orgelmusik. Herzliche Einladung, kommen Sie vorbei. Musik 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 Musik